Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conker der Tiberium Konflikt, Ausnahmezustand Remastered Edition auf Seiten der Nord. Meine Güte, so ein langer Titel. Und wir waren uns hier beim letzten Mal am Aufbauen für unseren fetten Angriff gegen die GDI-Basis hier oben. Und da baue ich jetzt nach wie weiter meine Flammenpanzer auf hier. So, so. Und ich habe wieder kein Geld, ey, das ist so blöd. Ich muss aber langsam mal diesen Panzer da oben wegmachen, ne? So, gut, dann mache ich das halt mal. Mach diesen Panzer weg, kommt. Alle bitte, alle bitte hochfahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, weil dann würde ich nämlich ganz gerne dem seinen Sammler auch wegnehmen. Na? Weil er versucht hier meine Kohle wegzunehmen hier, ja? Ähm, okay, gut. So, dann stellt ihr euch bitte hier oben hin. Und beschützt mal bitte das Tiberium-Feld. Genau, weil da werde ich jetzt auch drauf ausweichen, wie ihr seht. Hier unten ist auch noch was, ne? Hier unten ist auch noch was, ja. Der Sammler sammelt die Reste ein, okay. So, so, da kommt er. So, da ist der blöde Sammler von dem, ey. So, wegmachen. Zack. Sehr schön. Jetzt kommt er mit seinen Panzern an, ne? Ja. Jetzt kommt er mit seinem Scheiß da an. Ja, ja, jetzt kommt er. Okay. Gut. Wo wird denn unsere Basis angegriffen? What the hell? Boah, einiges hier, ey. Oh, wann? Mach die weg hier. Diese Jeeps hier, ey. Oh, Mann. Diesen Panzer. Und dann den Sammler. Los, den Sammler, den Sammler, den Sammler. Ich hasse seine Sammler hier. So. Wegmachen. Und den Marmut unbedingt plattmachen. So. Was hat der mit seinen Manikin da? Alter Schwede, ey. So. Ruf jetzt bitte den Typen da platt. Wunderbar, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, noch nicht ganz. Ähm, aber wir sind, äh, schon ordentlich weitergekommen. Wir haben den Gegner schon ordentlich dezimiert. Ja. Haben hier einige Flammenpanzer. Sehr schön. Da ist ein anderer Sammler. Ja, ja. Lass den anderen Sammler ruhig hier sammeln. Kein Problem. Solange ich hier oben das dickere Herzfeld hab. Ich weiß nicht, die mehrere Feld. Ist alles gut. So. Das sind die Manikin. Fahrt die doch platt, Mann. Was ist daran so schwer, Manikin platt zu fahren? Das ist mal wirklich ehrlich, ey. So. Ja, der Panzer schießt auf das Manikin. Cool. Meine Güte. Alles klar. Ah, der sammelt jetzt auch hier unten, ne? Der sammelt jetzt hier unten den Rest weg. Ja, okay. Nicht schlimm. Äh, wir kriegen einiges an Kohle rein hier. Zack. Der sammelt auch mal die Reste hier ein. Okay. Kleinvieh macht auch Mist. Na klar. Na klar. Oder wartet mal. Andere Idee. Schick den da unten hin. So. Boah. Dann baue ich nach diesen beiden Flammenpanzern. Der hat hier nämlich nichts mehr. Cooler Grafikpacken im Übrigen. Baue ich nach diesen beiden Flammenpanzern des Noten Mods. Um hier oben reinzufahren und zu erforschen. Und dann haben wir die Mission. Tatsächlich. Ja. Was machst du denn da? So. Notmatt. Ach, das ist doch nicht mal fertig. Ja gut, egal. Ähm, dann bring du bitte deine Kohle rein. So. Dann haben wir die Mission auch schon. Der Anfang, der war echt schwer. Muss ich sagen. Aber. Wir haben uns dann am Ende relativ ordentlich hier durchgekämpft. Und ja. Dann würde ich sagen. Dann machen wir mal die GDIs platt hier. Boah, die habe ich fast nicht gesehen. Schaut mal, wie gut der getarnt ist, ey. So. Zehn Flammenpanzer. Hat der noch Kohle für den Kampfpanzer, ey? Ich fasse es nicht. Okay. Ja gut, der Sammler, der sammelt ja noch. Hm. Gut, egal. Das Notmod ist da. Sehr gut. In Ordnung. Fahr mal bitte hoch, mein Motorrad. Highway to hell hier. Also wirklich. So. Und reinfahren einfach. Mal gucken, was hier so ist. Recher auf. In Ordnung. Recher auf. Heilige, das Flugzeug da draußen. Ah, da ist die Basis. Seht ihr das? Da ist die Basis. Och, du Heilige. Okay. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Atombombe mal bauen werde. Oder auch nicht. Ich brauchte Verteidigungsturm. Oder auch nicht. Oh Mann, Leute. Das ist doch bescheuert. Immer wenn ich glaube, ich könnte mal ein bisschen Fortschritt haben. Nö. Gibt keinen. Oh Mann. Fahr doch hier oben hin. Ah nein, nein, nein. Okay, dann ist okay. Was zur... Wer schießt da? So, ähm, gut. Das reicht nicht, ne? Ja, der nervt. Ja gut, dann, äh... Flammenpanzer bitte. Diesen Panzer da wegmachen. Los. So. Mach diesen Panzer platt. Und der bitte. Zurückfahren. Sehr schön. Sehr schön. Und der kann sich reparieren, genau. So, wunderbar. Gut. Alles klar, Leute. Dann. Die Basis ist fett von dem, ne? Ja, Tiberium, toll. Die Basis ist... Ja, wohl. Wenn ich an der Atombombe reinknalle. Hm. Das dauert aber halt noch, ne? Bis die fertig ist. Vor allem, wenn die Sammler so eine scheiß Route fahren. Die werden die gar nichts machen, ja? Sau. Auch, ist auch geil. Wenn die Sammler gar nichts machen. Oh, Mann. Na gut. Und wenn der... Der kann doch da oben hin. Fahr doch da rein. Mensch. Was ist mit denen los, ey? So. Dann, äh... Tempel von Nord weiterbauen, bitte. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr zu ändern, dieser Sammler-Stau. So. Wunderbar. Hm, dann haben wir hier unsere 10 Flammen-Panzer. Die können wir nach da oben fahren. Und die werde ich mal reparieren. In Ordnung. Ganz genau. Und, ähm... Ja, liebe Leute. Da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Commander Conker. Ähm... Ja, sagt mal, wie es euch so gefällt. Ich hoffe, es gefällt euch. Und, ähm... Ja, dann können wir ja weitermachen hier, ne? Wir sind in einem Add-on. Äh... Der Ausnahmezustand. In Mission... Wie viele sind das? Wir sind in Mission 3. Und, ähm... Die Mission vom Add-on, die haben es echt in sich. Also, da habt ihr schon recht gehabt. Ähm... Nicht ohne. Tatsächlich nicht ohne. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das weiter... Was sich hier noch ergibt, ey. Och! Boah, der... Das nervt. Das nervt richtig, ey. Das ist so ein Penner. Beide weg? Wie beide weg? Was ist das denn jetzt? Wie beide weg? Was zur... Wie beide weg? Was zur Hölle ist das denn? Hat der beide auf einmal weggehauen, oder was? Ach ja, gut. Das ist okay, so. Ähm... Ich muss den Turm nachbauen. Zumindest hier oben dehnen und dann hier unten dehnen. Was soll denn das? Mein Gott. Geh doch direkt da rein. Was ist daran so schwer, hä? Oh! Oh, nein. Ich hab nicht aufgepasst. Die Flammenwerfer sind weg. Na toll. Wo kriegt der eigentlich die Kohle her? Hä? In diesem scheiß Sammler, ne? Toll. Jetzt sind meine Flammenpanzer wieder weg. Jetzt kann ich wieder warten, bis die aufgebaut sind. Ey. Ey, das ist doch... Bescheuert, echt. Richtig bescheuert. Die Sachen sind ja auch so teuer, ne? Das ist ja nicht mal eben so, hier. Mein Gott. Gut. Wo bleiben die Sammler? Ich brauch Geld. Und das nicht zu knapp, ey. Ja, noch ein Kampfpanzer. Was fahrt ihr hier eigentlich die ganze Zeit rum, hä? Na klar, Leute, ey. Fast alle Flammenpanzer weg. Diese Kacktürme muss ich auch immer nachbauen. Kosten auch 1500. Meine Güte. So, dann... ...hab ich hier aber zumindest gleich schon mal die Gummipanzer wieder voll. Und wieder acht Stück. Das ist so unglaublich, ey. Unfassbar, ey. Mann, Mann, Mann. So, dann hier. Repariert das. So. Wann ist klar. Gut. Ähm, da kommt der letzte. Gummipanzer. So, dann die Flammenpanzer bitte reparieren. Mann, ey. So. Jawohl. Geht klar, Sir. Ja, die fahren eine Route, ne. Das ist gemein. Die fahren eine Route. Geht klar, Sir. So, dann... ...schieß mal gleich mal den Sammler an. Mal gucken, wie der reagiert. Der GDI-Typ. So. In Ordnung. Geht hier auf? Nein. Ach, verdammt. Da kommt er, der mich auch mit dem Jeep angefahren. Okay. Gut. Tja. Mein zehn Gummipanzer stehen wieder hier. So. Fahr doch direkt da rein, Mann. Diese Sammler hier. So, meine Atombombe ist bereit, Leute. Was hat er? Okay, Jeeps. Sehr schön, Leute. Eine Nuklearwaffe. Ist zur Hölle. So. Alter. So. Nervt doch nicht. Nervt. Gut. Dann... ...müssen wir uns weiter wieder hier aufbauen, ja. So. Und putz. Dann sagen wir bitte hier vorne. Das geht nämlich viel schneller. Und ja, dann kriegen wir in dieser Folge tatsächlich nur diese eine Mission hier hin. Äh, pff. Ja. Putz. Sehr schön. Aber ich musste ja eh warten. Wegen Atombombe. Genau. Musste ich eh warten. Fahr doch direkt da rein, Mann. So. Gut. Dann. Weiter geht's. Ey. Kannst du bitte weiter reparieren? So. Perfekt. Was zur Hölle? Ach, das ist ein Bus. Ah, okay. Das war ein Bus. Okay. Gut. Ähm. Dann. Das reicht für eine Ladung, glaube ich. Wird gebaut. So. Verstärkungen sind eingetroffen. Muss ich mich jetzt gerade ein bisschen aufbauen, tatsächlich. Einmal ein Lockpad noch hinterher. So. Ist sogar mehr als eine Ladung. Krass. Krass, Leute. Und ja, dann haben wir es gleich schon. Krass, cool. Okay, geil. Dann haben wir das gleich schon. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir tatsächlich schon unsere Flammenpanzer. Hey, das ist, weil ich vier Sammler im Einsatz habe. Ja, das ist schon geil. Und ich habe die mir die Kohle weggeklaut. Das ist schon nice, muss ich sagen. Schon nice. Und wenn der Not-Mod jetzt bald mal fertig ist, dann gehen wir das nochmal an. Lass den mal in Ruhe sammeln hier. Einfach mal ein bisschen der KI zuschauen. So. Wunderbar. Das ist schon voll. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, baue ich nochmal zwei Silos. Hier unten am besten einfach hin. Und zack. Und Not-Mod. Ach so, ja, hier reinfahren, ne? Wenn er das denn irgendwie hinkriegt. Wartet mal. Wartet mal. Ich muss nicht hier oben rein, ne? Irgendwie so. Wenn das irgendwie geht. Okay, Leute. Ähm, wisst ihr was? Ich speichere das Ding. Und dann gehe ich mal los. Da. Hier mit diesen Einheiten. Sammelt euch mal bitte hier oben. So, Leute. Dann. Einfach mal die Atom-Mobel jetzt hier reinschmeißen, ey. Einfach so. Einfach so. Einfach rein. Und. Bom. Oh, ho, 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 ho. Geil. Oh, geil, geil, geil. Okay. Der Einschlag, der war schon heftig. So, Leute. Ich hoffe, dass der Baufeld hier in oben in der Ecke war. Der Turm ist wieder weg. Genau dafür habe ich ja die Silos. 4.000 Kohle, ey. Meine Güte. Schon nicht übel. Okay, das ist ja kein Problem, wenn der Turm weg ist. Ähm. Wenn ich gerne eine Sache noch ausprobieren. Wenn ich das Ding verkaufe. Ähm. Wie sieht das aus, wenn ich das nochmal baue? Kriege ich dann noch einen Atomschlag? Das werde ich jetzt ausprobieren. Och, die Maus. So. Und bam. So. Bauen wir nochmal den Tempel. Was zu... Wie blöd muss ein Sammler sein, ey. Wirklich. Das ist nicht euer Ernst. So. Ähm. Einfach rein. Einfach rein. Bam. So. Oh Mann. So. Und putz. Sehr schön. Und rein da. Bam. Und rein hier. So. Bam. Sehr gut. Jürgen die Kacke wegmachen. Los. Mach die weg. Mach die weg. Mach die weg. Und dann ist die Basis auch schon unser. Weil der Gegner, der hat jetzt keine Chance mehr. Wirklich nicht. So. Bam. Dann ist die Basis nämlich jetzt platt. So. Die funktionieren immer noch. Und bam. Genau. Und Energie wegmachen. Und schon funktionieren sie nicht mehr. Der Sammler ist sogar direkt weg. Seht ihr das? So. Bam. Und das war's schon. Ähm. Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren. Kriege ich da eine neue? Nein. Ich kriege keine neue Atomwimmel. Was ist das für eine Verarsche? Aber gut. Der Sammler sammelt wieder hier oben. Ist unfassbar. Ja gut. Aber das haben wir doch geschafft hier. Und bam. So. Und putz hier. Putz. Sehr schön. Ich glaube, Manniken auch, bitte. Und ja. Dann können wir tatsächlich noch in die nächste Mission rein spingsen. Ach du Scheiße. Mammutpanzer. Dafür habe ich die Gummipanzer mitgebracht. Ja. Damit die Flammenpanzer nicht so überfordert sind gegen die. Einheit verloren. Und bam. Mach den weg. Und zack. Sehr gut. Können wir tatsächlich noch ein paar Minuten in die nächste Mission rein spingsen. Ist doch schon mal geil. Okay. Gut. Wir müssen nur alles platt machen. Ja. Sehr geil. Okay. Der Ionschlag war das letzte Gebäude. Was ist das denn da? Na gut. Ja. Das war's schon. Super. Das ist mega gut. Okay. Ach. Dieser geile Flammenpanzer. Wirklich. Der Flammenpanzer ist so mega. Das finde ich allerdings ein bisschen unrealistisch. Bei einem Flammenwerfer fliegt ein Auto weg. Naja. Egal. Ähm. Gut. Leute. Dann haben wir die nächste Mission auch schon. Abschließend Rausschmiss. Bonusgalerie freischalten. Wir haben wieder 300 Einheiten gekillt. Ey meine. Schon ordentlich. Okay. Liebe Leute dann. Haben wir hier noch einmal kurz die Bonusgalerie? Was haben wir denn hier? Werbefoto von Shokushin. Okay. Den sehen wir irgendwie gar nicht mehr. In der Not-Kampagne. Ist irgendwie schade. Aber gut. Ähm. Diagnose Tiberium. Nächste Mission. Direkt weiter hier. Zack. Keine Zeit verlieren. Nochmal kurz so reinspingsen. Oh. Katzi. Die geilen Roller ey. So. Ach du Scheiße. Hä? Was ist das denn? Okay. Diagnose Tiberium. In einer nahegelegenen GDI-Basis wird fortgeschrittene Ionen-Forschung getrieben. Dabei werden viele Chemikalien eingesetzt. Die in Biozentren lagern. Zerstören Sie alle Biozentren und kontaminieren Sie so alle Einheiten Zivilisten. Lassen Sie alle anderen Gebäude intakt. Damit es wie ein Unfall aussieht. Ach du Scheiße. Okay. Mach mal bitte die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter. Was ist das denn hier? Neue Einheit Leute. Chemiekrieger. Hey. Die sind ja. Ich glaube. Ich habe die nämlich schon mal gesehen. Die Teile. Diagnose Tiberium. Das sind nämlich Einheiten. Die sind wie Flammenwerfer quasi. Können auch explodieren. Aber das Gute ist halt, die ziehen glaube ich ein bisschen mehr ab. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Bam, bam. Genau. Einfach nur einen Minikenklang machen. Ich weiß nicht wo ich hier hin muss, Leute. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen arg langsam, glaube ich. Das ist ein bisschen schneller. Ja. So. So. So Leute. Geil. Chemiekrieger. Ja. So. Dann. Die kriegen wir platt. Ja. Die Sachen hier kriegen wir auch platt. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich hier unten richtig bin. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Oder wartet mal. Dann muss ich dieses Dorf hier überhaupt platt machen. Jawohl. In Ordnung. Der Einserz. Ah. Fuck. 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 Okay. Ich darf keine Gebäude platt machen. Ah. Ich wusste es. Ich wusste, dass da irgendwas war. Verdammt. Okay. Keine Gebäude platt machen. Alles klar. Und bam. So. Die richtet mich mit dem Kack. Gut. Also keine Gebäude platt machen. Ich verstehe schon. Okay. Dann. Macht ihr den. immer platt? Was soll das denn? Okay. Ich habe mir sowas schon gedacht. Sowas in der Art habe ich mir echt schon gedacht hier. So. Da seht ihr jetzt gleich mal diese Einheiten. Bam. Habt ihr das mal gesehen? Die sprühen grünes Gift. Das finde ich extrem interessant. Diese Einheit hat man nämlich in der normalen Kampagne gar nicht gehabt. Und bam. Ja. Dann fahre ich halt einfach mit diesem Flammenpanzer hier durch. Mein Gott. Rech auf. Ihr seht aber, die halten nichts aus. Ne? Die Einheit. Die halten gar nichts aus hier. Es sind schon ein paar platt gegangen. Jawohl. Rech auf. Okay. Kein Gebäude platt machen. Okay. Ah. Ein Panzer. Nein. Okay. Dead End. Nein. Nein. Okay. Hier geht es nicht weiter. Jawohl. Gut. Zwei Minuten haben wir noch. Ähm. Wollte ich sagen. Machen wir das noch eben. Beziehungsweise fahren wir noch kurz da runter. Den Panzer. Nein. Den kriege ich nicht, Leute. Ist das hier schon alles? Ja. Die Karte, die ist mir verdächtig. Weit nach rechts. Hm. Nicht, dass ich da an dem Panzer vorbei muss, weil das wäre scheiße. Das wäre echt scheiße. Weil gegen den Panzer komme ich mit diesen Flammeneinheiten nicht an. So, dann. Was ist der mit dem Jeep hier schon wieder? Und bam, mach den weg. So. Okay. Nicht, dass ich da wirklich an dem Panzer vorbei muss. Nein. Lasst ihr das. Lasst bitte diese Gebäude in Ruhe. Himmels Willen. Die Bürger muss ich am Leben lassen hier. Was ist so? Aufstand der Bürger hier. So. Was ist das denn hier schon wieder? GDI-Einheit. Na gut. Dann. Bam. Ey. So. Alles klar. Eine Kirche. Aber da ist wahrscheinlich nichts drin, ne? So und bam. Da ist noch ein Panzer. Ähm. Wie soll ich denn gegen den Panzer ankommen? Da komme ich nicht gegen an. Aber anscheinend muss ich gegen den Panzer kämpfen. Oh man. Bitte nicht, ey. So. Ich darf das nicht kaputt machen, ne? Recher auf. Hätte ich vielleicht getippt, dass da, äh, eine Heilkiste oder sowas drin ist. Aber. Hm. Das ist dieser blöde Panzer schon wieder, ey. Das kann doch nicht sein. Dieser scheiß Panzer. Ich kann nichts machen gegen den. Nicht gegen den Panzer, ey. Ja, toll. Ja. Flammenpanzer sind weg. Oh. Dann schieß doch. Dann schieß doch. Trau ich mich mal, kommt. Ja. Schon dabei. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Stärkung. Ein Flammenpanzer. Fuck ey. Oh man. Aber gut. Ein Flammenpanzer ist ein Flammenpanzer. Mit ihm komme ich schon mal ein bisschen weiter. Okay. Ja wirst du, warte. Ich mache hier eine 30 Minuten Folge draus. Vielleicht ist diese Mission nicht so lang. Na ich hoffe es mal. Dieser Panzer, der wird, der nervt. Der nervt richtig. Aber vielleicht muss ich da gar nicht hin. Jawohl. Recher auf. Na. Kann ja auch sein. Vielleicht muss ich da gar nicht hin. So. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Gebäude platt machen. Aber ne. Jetzt erstellen sie alle Biozentren. Kontaminieren sie so alle Einheiten. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich das noch hinkriege. So. Wenn nicht, dann muss ich mir da noch was überlegen. So. Und bam. So. Biozentren. Das sind aber Häuser hier. Das ist nicht. Nein. Recher auf. In Ordnung. Oh. Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Lässt du das Haus in Ruhe. Recher auf. Ein gelber Hubschrauber. Ach nö. Das ist aber scheiße jetzt. Was ist denn da? Da sind Mannigen raus. Ja okay. Mhm. Jawohl. Bestätigt. Bestätigt. Ja aber wo soll ich denn hier hin? Was macht ihr da? Geht jemand da hin? So. Jawohl. Mach den platt. So. Da oben ist noch ein Weg. Vielleicht komme ich da oben irgendwo hin. Nee aber den Panzer hier vorbei. Das schaffe ich nicht. Das ist unmöglich Leute. Das ist unmöglich gegen dich im Panzer zu überleben. Wieder diese begrenzten Einheiten. Ey. Das ist doch unglaublich. So. Gut. Und bam. 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 Ja dann ist mein Flammpanzer halt auch schon halb kaputt. Shit ey. Oh. Was ist denn? Was zur? Nein. Okay. Da schon mal nicht. Nein. Okay. Dann. Ist hier beim Tibirium irgendwie was? Äh. Das ist gerade doof. Das ist gerade echt doof. So. Dass wir hier irgendwas haben vielleicht. Hm. In Ordnung. Okay. Ich auch. Dann ist das. Dann ist diese Folge tatsächlich nur zum Spingsen da. Ähm. Weil ich weiß nicht was ich hier tun soll. Da ist ne GDI Basis. Ja da ist ne GDI Basis. Aber. Ich bin hier fast im Arsch. Und muss jetzt. Oh. Ich muss jetzt hier gegen diesen kacken Panzer da. Jawohl Sir. Da kämpfen ey. Mit fünf Flammenmanneken. Ja. Toll. Ähm. Wie mache ich das denn am besten? Wie komme ich denn an diesem Panzer da jetzt vorbei? Äh. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt an diesem Panzer vorbei? Hä? Leute. Wollt ihr mich eigentlich verkack eiern? Ich glaube das werde ich nicht schaffen. Das ist unmöglich zu schaffen. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Hört hier mal auf euch gegenseitig zu den Metzeln hier. So. Ähm. Kann ich das vielleicht. So machen? Hey. Geil. Okay. Nice. So kann man das machen. Sehr schön. Da habe ich eigentlich Einheiten verschwendet. Schaut euch mal wie viel Schaden die machen. Ne. An dem Panzer. Ist schon ordentlich. Geile Einheit Leute. Geile Einheit. Chemiekrieger. Richtig cool. Einer kriegt Panzer weg. Das ist geil. Das ist echt geil. Ja gut. Aber den Panzer kriege ich weg. Kein Problem. Und bam. Geil. Noch eine Verstärkung. Noch ein Flammenpanzer wahrscheinlich. Ja. Noch ein Flammenpanzer. Sehr schön. Ist da was? Ich habe eine 35. Ich will jetzt wissen was hier abgeht. So. Jut liebe Leute. Ähm. Ähm. Muss ich jetzt in die Basis da rein? Ähm. Nicht deren Ernst, oder? In die Basis da rein? Dort überlebe ich nicht. Was ist hier? Oh. Boah. Gott sei Dank. So. Die Basis rein kann ich mir echt nicht vorstellen. Recher auf. Hm. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein Riesenbereich. Recher auf. Bestätigt. Ach. Dieser Panzer ist zu langsam. Ach meh. So. Komm hier mal bitte runter. So. Ähm. Hm. Ein Jeep. Ein Jeep. Macht den platt hier. Ah. Da ist ein Gebäude. So. Und bam. Bam. Oder was ist hier? Recher auf. Was ist das? Feindliches Gebäude. Radar. Ähm. Muss ich das platt machen? Ich weiß es nicht. Mission 4. Add on. Ist glaube ich Mission 4, ne? Muss ich das platt machen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist da noch ein Mäniken. So. Bam bam. Kommt noch ein Mäniken. Da kommt noch ein Mäniken. Toll. Danke. Danke. Recher auf. In Ordnung. Dann habe ich jetzt noch zwei Chemiekrieger hier. Na komisch, was ich hier machen soll. Keine Ahnung. So. Dieser Weg hier war nämlich sinnlos. Recher auf. Muss ich dieses Radar platt machen? Ich weiß es nicht. So. Jawohl. Jawohl. Schon dabei. So. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. So. Dann hier. Schon dabei. Na toll. Support Sir. Jawohl. Sir. Ordnung. Der hat irgendwas dagegen, dass ich den Radar platt mache. So. Jawohl. Und. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Wie gut, dass ich da gespeichert habe. Okay, ich muss es also nicht platt machen. Gar kein Gebäude darf ich platt machen. Okay. Jawohl. Jawohl. Bestätigt. So. Bestätigt. Gar kein Gebäude platt machen. Okay. Alles klar. Jawohl. Jawohl. Dann frage ich mich aber langsam echt, was ich hier machen muss. Wo sind diese komischen Tischzentren oder was auch immer. Jawohl. Jawohl. Da bohrst, ne? So ein Biozentrum. Ja, genau. Biozentrum. Was macht ihr da? Ja, toll. Ha, perfekt. Noch ein paar mitgenommen hier. Ach du Scheiße. Da ist die Basis, ne? Da oben. So. Ich will jetzt hier nur gucken, ob ich das vielleicht schaffe. Wenn nicht, dann machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Ähm. Ja, wenn euch die Folge zu lang wird, dann schaltet ruhig auch ab. Ähm. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Weil. Das ist einfach, äh. Das ist es wert, dass man hier länger spielt. Das macht einfach Spaß. Und durch dieses Tiberiumfeld komme ich nicht mit meinen Meniken. Die werden sterben. Da kann ich nur mit Flammenpanzern durch. Okay. Gut. Hier ist Dead End für die Meniken. Okay. Ich habe jetzt hier einen Flammenpanzer. Was muss ich hier? Ein riesiges Tiberiumfeld. Damit ich auch ja nicht mit dem Meniken da durchrenne. Oh, Mann. Was ist das hier? Sind das jetzt hier diese Biozentren oder was? Nö. Noch ein Dorf. Toll. Super. Naja, gut. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Muss ich ernsthaft in die Basis rein? Aber ich darf doch kein Gebäude platt machen. Oh, okay. Hier ist ein Eingang. Okay. Hier ist ein Eingang. Cool. Ja, dann macht bitte diesen Jeep da platt. Da kommen zwei weitere Jeeps. Da kommen noch mehr Jeeps. Langsam wird es knapp. Ach du Scheiße. Bam. Nee, schaffe ich nicht. Fuck. Das schaffe ich nicht. Mit einem Panzer. Verdammt. Okay, jetzt macht er die Chemie-Chemie-Dinger platt hier. Genau. So. Aber die Chemie-Krieger werden das nicht überleben. Ah, ich habe es fast geschafft, Leute. Guckt mal, ob ihr da durchkommt irgendwie. Ja, die gehen doch kaputt. Ach. Die nehmen gar keinen Schaden gegen Tiberium. Haha. Sind halt Chemie-Krieger, ne? Egal. Okay. Das ist eine interessante Einheit. Kein Schaden gegen Tiberium. Aha. Verdammt. Aber dann doch an diesem einen Manneken da. Okay, gut, liebe Leute. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne? Tschüss. Tschüss.